Wer auch immer, möge er würdig sein, solle die Macht beser... Ach, was soll's, Mann, das ist ein Trick. Nein, das ist viel mehr als das, mein Freund. Ja. Wenn ich's schaffe, herrsch ich dann über Asgard? Ja, natürlich. Ich werd gerecht sein, aber unbarmherzig. Bin gleich zurück. Ziehst du überhaupt? Bist du in meinem Team? Tu einfach so, mach schon. Okay, also los. Na los, Captain. Kein Stück. Oh, nein, nein, da lass ich euch alleine spielen. Der Stiel hat ne Inschrift. Jeder, der Thors Fingerabdrücke hat, kann es schaffen. Ja, naja, das ist ne wirklich überaus interessante Theorie. Meine ist einfacher. Ihr seid nicht würdig. Würdig. Wie könnt ihr würdig sein? Ihr seid Marionetten. Verfangen in... ...Fäden. Wie Ketten. Das ist das Ende. Das Ende unseres gemeinsamen Weges. Nichts ist für die Ewigkeit. ... ... Jetzt bin ich frei. Die Zeit der Ketten ist vorbei.